ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risiko und weiß gibt es natürlich immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir legen direkt los wir gehen rüber in die xstation und fangen mit dem nasdaq an der future gibt jetzt die wochengewinne wieder ab und testet das vor wochen hoch und hier wird es jetzt eine wichtige entscheidung geben entweder kann sich der markt relativ schnell wieder fangen und könnte dann möglicherweise den intakten aufwärtstrend bestätigen und das wichtige zwischentief bei 14.658 punkten anvisieren wenn der markt allerdings hier weiter abrutschen sollte dann sehe ich durchaus spielraum bis in richtung 13.959 punkte das ist nämlich ein wichtiges zwischenhoch gewesen beziehungsweise der ausbruch und ja letztendlich die grundlage für diesen starken anstieg der vorwoche wir gehen rüber zum dax beziehungsweise der cfd auf den dax future und da taucht der leitindex in eine wichtige unterstützungszone ein 15.816 bis 15.891 diese zone wird jetzt zum ersten zweiten dritten vierten fünften sechsten mal getestet und hier entscheidet es sich entweder die verteidigung für die erholung und vielleicht ein neues rekordhoch oder der markt rauscht nach unten durch und könnte dann folgende marken erreichen hier gibt es einen bereich bei 15.698 hier kurzfristige top bildung gegenbewegung dann der bruch aber die verteidigung das könnte relativ schnell erreicht werden und ansonsten geht es dann auch schon in richtung dieses zwischenhochs bei 15.463 punkten euro dollar fällt und dem paar droht jetzt die eins zwei drei vier fünfte verlustwoche in folge wir sehen dass die abwärtsdynamik etwas nachgelassen hat aber wir haben natürlich bis zum schlusskurs vom freitag noch ja sehr viel spielraum für die ein oder andere bewegung das heißt der markt könnte rein theoretisch weiter nachgeben in richtung 1.0536 hier gab es viele berührungspunkte also der boden vor dem starken anstieg allerdings könnte auch eine rückkehr über die 1.07 marke etwas vertrauen schaffen und vielleicht auch dem euro wieder zu einer erholung verhelfen die ja gold ist auf dem besten weg und die dreiwöchige verlustserie zu beenden und könnte auch vielleicht zu einem neuen aufwärtsimpuls ansetzen also der langfristig aufwärtstrend ist nach wie vor intakt wir haben jetzt eine positive reaktion auf das tief bei 1.934 dollar das entpuppt sich möglicherweise als fehlausbruch das muss aber noch bestätigt werden und jetzt gibt es eben eine erholung und auch eine annäherung an den ersten wichtigen widerstand bei 1.969 jetzt gehen wir rüber zum bti öl rutscht in dieser woche unter eine wichtige unterstützungslinie 71.66 das ist mir auch mehr oder weniger die untere grenze einer range in der sich der preis einfach immer wieder befindet oder dort immer wieder zurückkehrt wir haben jetzt also einen bruch nach unten gesehen auch das tief der vorwoche wurde unterschritten und das bedeutet der markt ist anfällig für weite rückgänge um möglicherweise hier nochmal die zonen zwischen 64 und 65 dollar zu testen abschließend noch der bitcoin die kryptowährung konnte bisher nicht nachhaltig aus der kurzfristigen seitwärts range ausbrechen es sah zwischenzeitlich mal richtig gut aus aber es gab eben wieder gewinn mitnahmen und jetzt beharrt der coin mehr oder weniger in der mitte dieser range und was wir auch brauchen ist entweder nach dem aufwärtsimpuls und der abc korrektur ein ausbruch nach oben um mehr vertrauen zu schaffen und dann könnte auch ein neues jahreshochtrend sein oder der markt rutscht einfach nach unten durch und dann könnte mindestens mal die 25.200 dollar marke erreicht werden konkrete trading ideen dazu gibt es dann wie immer in meinem video von heute morgen den link gibt es unten in der beschreibung lasst auch gerne einen daumen da und ansonsten würde ich allen viel erfolg bis zum nächsten mal